Die Aufgaben der Lehrkräfte, wie sie im Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 5. Oktober 2000 definiert sind, umfassen verschiedene Aspekte. Lehrkräfte gelten als Experten für das Lernen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Lehr- und Lernprozesse auf der Gestaltung wissenschaftlicher Erkenntnisse zielgerichtet zu planen, zu gestalten und zu reflektieren. Dabei wird betont, dass die Qualität einer guten Schule entscheidend durch die fachlichen und menschlichen Kompetenzen der Lehrkräfte geprägt wird. Neben der Wissensvermittlung kommt den Lehrkräften eine wesentliche Rolle bei der Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung der Schülerinnen und Schüler zu. Sie sollen als Vorbilder positive Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensweisen fördern und den Schülerinnen und Schülern das Gefühl vermitteln, verstanden und akzeptiert zu werden. Lehrkräfte haben die Aufgabe, im Unterricht und bei der Vergabe von Berechtigungen für Bildungs- und Berufswege kompetent, gerecht und verantwortungsbewusst zu beurteilen. Es wird betont, dass Schülerinnen und Schüler in der Schule erfahren sollten, dass sie fair behandelt werden und ihre Bildungschancen voll ausschöpfen können. Neben diesen Kernfunktionen gibt es Anforderungen an Lehrkräfte, um die Qualität von Unterricht und Schule weiterzuentwickeln. Dazu gehören, dass Lehrkräfte geeignete Fort- und Weiterbildungsangebote nutzen sollten, um ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln. Dazu gehört auch der ständige Kontakt zur Arbeitswelt. Lehrkräfte sind außerdem aufgefordert, sich an der Schulentwicklung zu beteiligen, eine lernförderliche Schulkultur mitzugestalten und gemeinsam mit Eltern, Schülerinnen und Schülern mehr Verantwortung in der eigenverantwortlichen Schulverwaltung zu übernehmen. Auch unterstützen und fördern Lehrkräfte die interne und externe Evaluation von Lehr- und Lernprozessen sowie des gesamten Schullebens. Dazu gehören faire und wissenschaftlich fundierte Leistungsvergleiche, die der Qualitätssicherung dienen. Diese Aufgaben unterstreichen die Rolle der Lehrkräfte als zentrale Akteure im Bildungssystem, deren Professionalität und Engagement wesentlich zur Qualität der Bildung und zur Entwicklung der Schülerinnen und Schüler beitragen.